An der Nordküste von Baja California Sur umarmt das Pueblo Magico Santa Rosalia den Golf von Kalifornien mit seinen schwarzen Sandstränden, seiner Natur und seinem französischen Stil, der eh zu einem einzigartigen Reiseziel seiner Art macht. Auf der Plaza Benito Juarez blühen hier des Jahrhunderte von Bugambilien, die von den Wasserspeiern betrachtet werden und auf dem Kiosk im französischen Stil posieren. Gleichzeitig bewegen den Stadtpalast und die Kirche Santa Barbara. Eines der Gespräche, die in Santa Rosalia geführt werden, dreht sich um die Kirche Santa Barbara. 1897 aufgestellt, tragen seine lamellen Decken die mit Wollsen zusammengesetzten Plattenwände und die farbenfrohe Glasfenster hervor. Laut Stimmen handelt es sich um ein Gebäude, das direkt aus Frankreich mitgebracht wurde und dessen besonderer Stil, der Vision der berühmten Gustave Eiffel, zugeschrieben wird. Seit 1901 versäen die Bäckerei El Bolleo den Gaumenderer, die ihre verschiedenen Brotsorten kaufen. Seine Holzfassade ist ein weiteres Beispiel für den französischen Stil, der im Dorf vorherrscht. Ihre Tradition ist so groß, dass sie immer noch die Holzofen und die Regale verwenden, mit denen sie eröffnet wurde. Fessen Sie sich von der Schönheit und der kulturellen Mischung, die das Pueblo Magico Santa Rosalia zu einem Silvi kein anderes machen. Ein Erlebnis, das Sie nur in Baja California Sur finden werden.